ein wunderschönen guten morgen stufe 5 bekanntlich mal bisher eigentlich mal so ein bisschen das schwierigste nicht immer das mit was man schon mal dabei gehabt haben das schaltet man in der ersten stufe auf automatik um so schnelle reaktionen habe ich leider nicht aber die kiste hat so schnelle reaktion weil das schält man dann gleich wieder aus ja genau das habe ich jetzt zu spät ausgeführt naja gut ist eigentlich erwischt das wird schon passen vor allem jetzt bloß schon wieder morgen auf stufe 6 ne mit diesem scheiß phantom kräfte ich weiß nicht ob das letzte mal über halbe stunde oder sowas hier so barbara barbara man gibt ja für jeden eine auf die schnauze also das ist heute die healing powers genau ein wie ist das eigentlich wenn man das gar nicht mehr weiß ne eigentlich brauchst du die primadonne hier glaube ich gar nicht so unbedingt kann da ganz gerne auch mal was anderes ausprobieren und dann lasst einfach mal die kommentare ich bin mal gespannt wie ihr das löst ich bin mal ganz gern offen für äh alternativ helden am besten free to play kann sich jetzt nicht jeder wir haben erstmal healing powers noch mal hier drauf tja letzte runde letzte runde letzte runde es bleibt spannend es bleibt spannend ich hoffe ihr habt alle einen wunderschönen guten morgen ne TAKE THAT also übliches ding erst die ganzen futzi putzis loswerden und dann immer uuuuua alter das ist eben die uhrzeitschwelle ne komm ich bauch hier boah ihr hört jetzt halt einfach mal bitte auf damit so warte 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 jetzt wird lang nein die rabatt ne muss ich jetzt echt hier auf automatisch umschalten oder wie ist das ich werde doch jetzt noch nicht auf automatisch um bringt doch jetzt noch gar nichts ja jetzt habe ich es fast nee habe ich es nicht Gott sei dank ne boah alter so stun Nein bis dann oh ich glaube jetzt kann man erst automatisch umschalten das macht dann die elkisto jetzt schon ne heeieiiei also wir freuen uns auf jeden Fall schon morgen richtig auf stufe 6 ne mit diesem scheiß phantomrieter als Boss ne ich ich weiß dass er so übelt ne also bei der Verstärkung auf der heilt er sich ständig und nimmt keinen Schaden mehr, das ist so nervig, erstmal die ganzen Freaks loswerden und dann passt es schon ja, dann bis morgen, Cheerio